In Open Space Beta und eben mit der Entwicklung dieser dezentralen Zellstruktur, da ist eben auch jeder betroffen. Also das merkt man irgendwann dann auch. Also du hast das so schön gesagt, das hat nicht jeder am Anfang sofort verstanden gehabt. Inzwischen haben es alle verstanden. Und dann muss man eben auch einen Raum geben, wo das eben auch entsprechend diskutiert werden muss. Und das ist eben auch ein Thema, da muss auch ganz viel diskutiert werden.